Eine weitere Neuheit aus dem Hause Grundforst ist die Kondensat-Hebeanlage der Baureihe ConLift. Als Basismodell haben wir hier die ConLift 1. ConLift 2 verfügt zusätzlich über eine Alarmplatine mit Summa-Funktion. Diese Summa-Funktion kann auch nachträglich in die ConLift 1 eingebaut werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die ConLift 2 mit einer Neutralisation nachzurüsten. Immer dann, wenn wir zum Beispiel schwefelhaltige Öl-Brennwertgeräte haben oder bei Kesselleistungen über 200 kW im Bereich Gas, ist eine Neutralisation zwingend erforderlich. Und hier bieten wir die zusätzliche Möglichkeit. Alle drei Modellen sind gemeinsam. Es ist zwingend notwendig, eine Kondensat-Hebeanlage horizontal auszurichten. Durch diese schrägen Rasten hier haben wir die Möglichkeit, nach dem Bohren die Anlage exakt mit einer Wasserwaage an der Wand zu fixieren. Dies ist allen drei Modellen gleich. Ebenso kann hier die Condensation bzw. die Neutralisation abgenommen werden und auch separat an der Wand befestigt werden.